Honda Civic.exe 2.0 Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner RL.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es Honda Civic.exe 2.0. Ich habe mir heute aber die 2.0er Version natürlich auch eingepackt von dem Honda Civic. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es heute läuft, denn heute habe ich auch hier heute im Rucksack den Cobrick. Moin, moin. Du bist heute bei mir im Rucksack hinten. Ich hoffe, dir ist es bequem da hinten. Ich würde sagen, wir gehen in Ranked rein. Natürlich GC1 gerade. Ich glaube Liga 2 oder Liga 3. Ich hatte echt krass Runden. Also ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. So, wir sehen hier natürlich direkt die fetten beiden Auspuffrohre. Rohre. Ansonsten natürlich der Spoiler ist am Start. Die Carbon Motorhaube ist am Start. Und der Robbenfresser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin auch am Start. Das ist ja nicht mehr normal gewesen gerade. Habe ich noch? Oh, stark. Digga, wenn du den machst. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Sound ist richtig krass. Oh, ich muss da gleich mal achten. Warte mal. Ja, mach du. Oh, stark. Kopf genommen. Schade, egal. Ja, mach du. Ich warg kurz. Oh, der Boost hinten wäre richtig geil. Nein, er hat sich in den Boost. Ah, er hat sich in den Boost gebammt. So, ja. Äh, aber jetzt. Oh, stark reicht's. Nee, leider nicht. Aber ich glaube, der Grün hat keinen Boost. Mhm. Mhm. Ja, okay, er hat doch ein bisschen Boost. Hast du noch? Aber es reicht. Oh, ich hab gedoked. Ich hab gedoked. Ey, ich dachte gerade so, hä? Der klassische Panic, man kennt's. Ich hätte absolut nicht damit gerechnet, dass der Boost hat. Okay, ich fahr rechts. Ja. Oh, er hat sich links gemacht. Alles gut. Ist eh bei denen. Ehe der Shot kommen. Mhm. Maid nimmt. Alles gut, ich hab. Passt nur, sehr schön. Noch ein. Oh, stark. Schade. Ja, schade. Er wird nochmal touchen. Oh, okay. Ich geh an den. Ja, nice. Okay, du bist eventuell sogar durch. Schade. Vielleicht für dich. Ja, ich warte. Okay, hat er. Macht er nicht schlecht. Na ja, ich bleib unten. Na ja, der bleib unten. Ja, der bleib unten. Ich tu ab, habe ich. Schön. Ich versuche hinzugehen. Der hat er. Spielt er rüber nur. Okay, der nicht. Ja, schön. Der war er. Ja, er hat ihn sogar. Nochmal. Ein flip. Ja, das macht du, ja. Oh mein Gott, er ist da oben. Ja, aber okay, krass. Perfekt mir. Wann mal vielleicht. Ich bin mit auf jeden Fall. Ja, vielleicht, ja. Oh mein Gott, der save von ihm. Jetzt nochmal. Naja, nee, er steht perfekter. Schade, schade. Aber den, äh, kann ich kappen? Ja, nochmal. Nee. Das geht's nicht. Aber ich spiele es gleich ein Tor. Hoffentlich. Ich sag lieber nichts. Ja, komm, geht du drauf. Oh mein Gott. Dicker. Dicker. Das kann nicht sein. Ich kriege ihn nicht. Oh, das ist... Nochmal. Oh mein Gott. Was war das bitte aber für ein Tor? Alter, das war so knapp. Hä? Hattest du überhaupt Boost? Nee, ne? Ein bisschen, ich weiß es nicht mehr. Minimal, minimal, minimal. Okay, nice. Let's go. 1-1. Jo, der liegt. Oh, ja, zu dir. Ich hab halt keinen Boost. Ja, ich hab keinen Boost. Ja, ja, warte, aber ich hab den Boost jetzt. Nimmst du den Ball? Jo. Mmhm, nice. Ich bin nur rüber, weil die waren beide bei mir. Ich hab den schlecht getauscht, aber ist okay. Der hat keinen Boost, glaube ich. Oh, was? Wie kriegt der mich? Alles gut? Sehr gut. Äh, nehm ich. Boah, der Motorsound ist so penetrant. Also meine Meinung zum Auto ist, dass der halt, ja, ich finde ein bisschen zu viel ist. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde den normalen geiler. Ja, ich finde allerdings von denen das Aussehen besser, aber das Aussehen ist klasse. Aber ich finde irgendwie mit dem Spoiler und so, finde ich ganz cool. Aber so vom Spiel finde ich den ersten auch irgendwie besser, glaube ich. Ja, gerade hier. Ja, nämlich. Der eine kann eh nicht hin. Nein, das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. So knapp. Okay, ich bin auf jeden Fall da. Ja, hast du den? Ja, er ist da. Bin jetzt ab. Sehr gut. Ja, er konnte nicht. Aber er ist wieder hinten. Habt ihr die Demo? Wichtige Demo. Oh mein Gott. Nochmal, nochmal, nochmal. Ach, Boost, ich versuch's. Nein. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er den nicht bekommt. Okay, passt. Nee, alles gut. Der Pin steht. Ja, ist deiner. Ja. Ich kann mir einen Boost entspannt holen. Du bist erst mal in den Boost. Perfekt. Oh, ich hab auch gejogt. Oh Gott. Wichtig. Einmal raus. Ja. Stark, stark. Nein, das reicht nicht. Ey, immer noch 1 zu 1, ne? 38 Sekunden. Nächstes Tor könnte entscheidend sein. Nehme ich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, hast Zeit, hast Zeit. Oh mein Gott. Jetzt der Fly. Flip Reset ist am Start. Oh mein Gott. Nein, das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Nein, nein. Oh mein Gott. Ey, aber ich hab auch so dumm geschossen. Ich hab halt voll auf die geschossen, anstatt den... Oh, nochmal Flip. Nochmal 2. Oh, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, let's go. Mit dem Under-Civic. Ey, was zum Teufel. Wirklich, diese Runden. Die machen mich fertig. 8 Sekunden, wir müssen überleben. Ich hab vor allem wieder richtig dumm eigentlich geschossen. Ich hab einfach drauf gehämmert. Aber es hat funktioniert. Das ist das Wichtigste. Und jetzt aufpassen, dass wir keinen Kick-Off-Goal kassieren. Jo, der ist gut. Der sieht gut aus. Der ist richtig gut aus. Ja, ich versuch's noch mal in der Mitte. Vielleicht? Nee, aber egal. Ist safe. Ich lass ihn lieber droppen. Ja, ich lass ihn. Ja, komm. Nice. Wir gehen in die zweite Runde rein. Zweite Runde in der wunderschönen Halle. Eine sehr, sehr schöne Map. Absolut, absolut legendär. Vor allem, die gibt's ja schon ewig. Ja, die gibt's echt schon richtig lange. Und ich geh da mal zwischen. Ja, nice. Hau dir das Ding rüber. Ja, er ist direkt in der Luft, aber ist okay. Er macht ihn zu mir. Hast Zeit, hast Zeit, hast Zeit. Jetzt erst ab. Du, Baby, einer. Oh, schade, er wandte ich. Er hat mich gewandt. Hinter direkt rein, ja. Nee, oh my God, er misst den. Was? Er hatte alle Zeit der Welt. Oh, wichtig. Deiner jetzt? Passt, ja. Ich hab 31 Boost. Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert. Oh, ich auch nicht. Ist wieder so überfordern. Ja, okay, easy. Okay, passt. Schön. Er ist da. Ja, der hat nochmal einen Bump mitbekommen, deswegen hat er den nicht so nice getatscht. Sehr schön. Hast du, der demot mich? Oh my God, okay, der ist drin. Ja. War gedemot leider. Ja, die Demo war's. Ich hätte ihn aber auch haben können, aber ich bin da sehr, sehr dumm angeflogen. Der kam ziemlich weit rechts, egal. Es sind sogar zwei Pre-Mates tatsächlich. Ja. So, ich follow. Geht zur Seite, ich brauche den Boost, sehr nice. Hast du den? Ja. Vielleicht bampig ich ihn? Nee, kann ich nicht. Achtung, komm noch mal runter, deiner? Ja. Er ist aber auch da. Oh nee. Das ist okay. Machen wir mal da hoch. Ich hol... Na ja, es gibt mir den Boost, die haben nichts. Ja, ich warte. Ja, aber es ist gut, wenn du drauf gehst. Sehr schön. Und der könnte gehen. Knapp nochmal. Schade, nehme ich. Ach, er blockt den. Aber keiner hinten, vielleicht ein Tor. Jetzt einer. Ja, er ist da. Aber die Chancen sind da auf jeden Fall jetzt. Also ich denke auch, dass wir die Runde auf jeden Fall machen sollten. Wir sollten 1 zu 1 jetzt hier. Sehr, sehr schöner Pass. Sehr schöner Schuss. Alter, wirklich. Das war ja... Guck mal, die waren halt beide an derselben Stelle. Es hätte einer auf jeden Fall mindestens von denen im Tor bleiben sollen. Das stimmt, ja. Und das ist der Fehler. Immer wenn man zu zweit auf einer Stelle ist, kann das so böse enden. Ja, das ist immer ein bisschen problematisch. So, was macht der? Echter Hackspoiler, ne? Gefällt der dir? Der ist schon schick. Der ist echt nice. Also schick finde ich den Wagen auf jeden Fall. Ich bin trotzdem mit den anderen einfach geiler. Das stimmt, ja. Von der Spielweise. Ja. Ja, was macht der? Nice. Stark, aber er ist da. Der Milch, hätte ich das gewusst. Ich bin der Mut. Der ist drin. Nice. Oh, sehr schön. Geil. Ich bin irgendwie noch vorher rangekommen. Sehr, sehr nice. Haben hier ein schönes 2 zu 1 jetzt. Das Spiel nochmal gedreht. 2,9 und 40 noch drauf. Ja, ich glaube, du kannst es eigentlich links fahren immer. Oder halt rechts und je nachdem. Der du spawnst. Ja, wo ich spawn. Ja, können wir hier machen. Ich bin demut. Ist okay. Ja, er kriegt den nicht gut. Ja, der macht den nach hinten. Gutes Zeit für das Spiel für uns. Okay, der ist aber gut. Ich habe ihn gebannt ein bisschen. Ja, macht er gut. Macht er wirklich krass. Also hat er super den letzten Touch noch bekommen. Ja, verdient das Tor. Hier der Touch über dich. Und da der Touch noch über mich. Das war krank. War echt gutes Tor. Okay, den habe ich. Ey, der Sound nach einem Tor, wenn der Wagen angeht, ist wirklich krass. Oh, nice. Ich bin hinten im Tor. Sehr schön, Herr Kier. Ja. Ja, das ist ja. Zeit, ja. Ich bin dem Boost. Ihr habt den Boost bekommen. Am mittleren Boost jetzt. Mmh, nice. Er ist nicht, ja. Stark. Ja, kommt drüber. Vielleicht deiner jetzt. Ich kann es probieren. Der ist aber auch da. Für dich. Stark. Mach vielleicht mitte so. Ja. Ja, let's go. Es hat funktioniert. Nice. Let's go. 3 zu 2. Was ein Teamplay hier in der Stelle. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Er ist einfach vorbeigeflogen. Er hat den erst gehabt, aber er ist einfach vorbeigeflogen. Komplett lost. Das stimmt. Oh, der kommt gut in dir. Oh, ho. Vielleicht kann ich. Ja, nimm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, den wird er jetzt. Oh, stark. Ich finde hinten noch ein Tor relativ hoch. Ja, ich habe irgendwas versucht. Ich wollte mich nur reinwerfen, aber... Hat geklappt. Hau ich es erst mal nach rechts. Ja, erst da habe ich. Oh, 1 gegen 1. Nee, nee, nee. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt ist ein 1. Oh, nee. Aber es reicht nicht. Schade. Oh, weitergeleitet. Du bist... Ich freue mich, der Mond. Aber es ist ja erst mal ein bisschen Zeit verschafft. Ich brauche auch Boost. Hab jetzt Boost. Nice. Dann wird er haben. Ja, ihr sieh. Ich ziehe mich erst mal kurz zurück. Ja, ich... Ja. Habe ich nicht gesehen. Mein Fehler, ich hätte hinterfangen müssen. Oh, God. Das ist safe. Ich lasse dich. Ich bin ja nice, nice, nice. Vielleicht kann ich es nehmen. Ah, du hast auch da. Sorry. Alles gut. Ich warte. Bis er spielt. Oh mein Gott. Wir rüber zu mir. Jo, hier. Oh, was ein Pass. Digga, 1 gegen 1 gegen 1 gegen dieses Skill Issue. Ja, ich habe gejokt. Ich habe sie mir gut. Egal. Trotzdem gut Zeit gespielt. Ja, 34 Sekunden jetzt noch. Hab ich? Das ist so ein spannendes Game, man. Hast du den? Jo. Sehr schön. Gut Zeit. Oh mein Gott, der Pinch. Oh, der ist ab. Ich hoffe, ich habe ihn vor ihm. Gut. Jump. Sehr gut. Ich habe gar keinen Boost. Ja, ich habe gemisst, aber... Das ist noch okay. Ja, doch. Easy deiner, easy deiner. Block den. Bin ab. Sehr schön. Sehr schön. Die letzte Chance vermutlich für die. Jawohl. Nein, das kann nicht sein. Nein. Oh mein Gott. Und jetzt noch ein Tor. Nein. Oh Gott, ich hätte ihn da verdorben sollen. Ja, okay, okay. Oh mein Gott. Liebe Leute, das war Honda Civic 2.0 XR. Liebe Leute, das war wirklich krass. Wir hatten zwei sehr, sehr krasse Runden. Lasst unbedingt ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo da. Checkt Cobrick aus. Wenn ihr ein 3.0 haben wollt, dann lasst wie gesagt ein Like. Da und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Runden fandet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer bei Reapers. Chibi. Ciao, ciao. Und übrigens, Cobrick, ich habe 704 Punkte. Du hast nur 390. Ich hatte dich im Brunnen. Kein Ding. ARBUN NERBUNN NERBUNN NER后. Bis bald. snip pronflikt. Hinge czym hanga. In Coz Wayne. NERBUNN 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 slags gечь.